Warum zum Teufel haben die drei Könige Jesus Weihrauch geschenkt neben dem Gold, weil er Knieschmerzen vom anderen umherlaufen hatte? So zumindest könnte die aktuelle Interpretation der Pharmakologie aussehen. Denn Weihrauch verspricht tatsächlich die natürliche Lösung für Kortisongeschädigte zu sein. Ist da was dran? Welcher Weihrauch denn genau? Und welche Dosierung? Du erfährst heute alles was die Wissenschaft dazu zu sagen hat und auch der Verbraucherschutz und alles was damit zusammenhängt. Guten Morgen du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Es ließ sich ja schon ziemlich religiös mit Weihrauch wieder gehen können. Am besten über Wasser. Und ich hätte es schon fast in die Ecke der Nahrungsergänzungsmittel gestellt. Die immer mit großen Slogans werben, aber oft wenig oder keine Wirkung haben. Dann packte mich jedoch die Neugier. Und ich bin wieder mal auf die Suche nach Studien und wissenschaftlichen Meinungen gegangen. Und was dann kam, das war durchaus unerwartet. Die Pharmazeutische Zeitung, das ist die Zeitschrift der deutschen Apotheke und auch das Ärzteblatt, beides grundseriöse Quellen thematisieren den Weihrauch und sprechen davon, dass O-Ton Weihrauch Extrakte für untersuchte Anwendungsgebiete teilweise mit Erfolge eingesetzt worden sein. Was sind denn die Anwendungsgebiete und was ist denn überhaupt der Wirkungsmechanismus vom Weihrauch? Zum einen wird die 5-Lipoxygenase gehemmt und zum anderen die Topoisomerase. Das sagt den meisten genau gar nichts. Aber wenn der Name Arachidonsäure fällt, aus dem sogenannte Leukotriene abgeleitet sind, dann kommt bei dem ein oder anderen, der sich mit Ernährung auskennt, schon ein bisschen Licht ins Dunkel. Wenn die Leukotriene Bildung gehemmt wird, dann gibt es weniger Entzündungen im Körper. Weihrauch wirkt also stark anti-inflammatorisch. Das brennt weniger in Deinem Körper und entsprechend hast Du auch weniger Schmerzen. Die Topoisomerase Hemmung legen wir einfach mal beiseite. Hier geht es darum, dass Weihrauch auch positive Wirkungen in der Krebsbekämpfung haben könnte. Mich interessiert wirklich heute nur die Auswirkungen bei Knie und Hüftschmerzen. Ok, Theorie habe ich gecheckt, aber wo Theorie ist, da muss auch die Praxis zeigen. Also habe ich Studien gecheckt, die Weihrauch an Menschen ausprobiert haben. Und da gibt es einige. Auch Doppelblind und Placebokontrollierte. Also am Ende wurde geschaut was passiert ist. In der ersten Studie waren das 48 Menschen die Arthrose im Knie hatten und die haben über 120 Tage entweder das Placebo bekommen oder den Weihrauch. Und es wurde mit Signifikanz festgestellt, dass sowohl die Schmerzen sich verringerten, als auch die Steifheit zurückgingen. Und das ist für mich so krass, dass es wieder zu einer Kniegelenkslücke gekommen ist. Also oft ist das Problem beim Knie und auch bei Hüftschmerzen, dass 2 Knochen einfach aneinander reiben. Wenn man da jetzt wieder so eine Lücke rein bekommt, wie diese Studie da demonstriert, das wäre fantastisch würde ich sagen. Und damit ist das Problem weg und entsprechend auch die Schmerzen würde Sinn ergeben. Schauen wir noch in die nächste Studie. Alle Links sind selbstverständlich auch unten in der Infobox. Bitte schau da rein, guck dir das an. Zweite Studie, 30 Patienten, auch wieder Arthrose, wieder Doppelblind, Placebokontrolliert, 8 Wochen lang Weihrauch. Und dann hat man sogar die Gruppen auch mal ausgetauscht und den Placebopatienten den Weihrauch gegeben und den Weihrauch die Placebos. Also beides mal ausprobieren. Es ist im Übrigen auch sehr wichtig welchen Weihrauch man benutzt. Also hier konnte man dann feststellen, dass die Häufigkeit der Schwellung im Kniegelenk durch den Weihrauch abnahm. Wie auch das wieder weniger Schmerzen zu attestieren. Auch die wiedererlangte Kniebeugung und eine erhöhte Gehstrecke der Leute. Super. Radiologisch in der zweiten Studie konnte man keine Kniegelenkslücke entdecken. Wobei man auch sagen muss, dass in der ersten Studie 120 Tage lang Weihrauch eingenommen wurde und in der zweiten nur 56 Tage. Generell brauchen natürliche Wirksubstanzen meist wenig Zeit um sich zu entfalten. Als dritte Studie habe ich mir noch eine Metastudie angeschaut. Metastudie bedeutet dass sich das Ziel gesetzt hat, einfach alle relevanten Studien zu diesem Thema durchzuschauen und das Wissen zusammenzufassen. Das ist mehr oder weniger das was ich in meinen Videos auch immer tue. Ich schaue mir ganz viele Studien an und versuche das zusammenfassen. Und jetzt habe ich noch eine Metastudie, jetzt fasse ich die Metastudie und die anderen Studien noch zusammen. Und die Metastudie hat in diesem Fall die Universität in Plymouth in Großbritannien übernommen. Das fand ich auch gut, weil die ersten beiden Studien kamen aus Indien. Also kein Rassismus oder sonst was. Aber natürlich haben die Inder Interesse daran, dass der Weihrauch vertrieben wird. Weil eine Sorte kommt auch aus Indien. Man ist ja relativ sensibel geworden. Auch wenn die Unternehmen Studien finanzieren, entdecke ich bei mir sofort auch immer so eine Abwehrhaltung. Aber oft zu Unrecht. Da ja logischerweise die Unternehmen die etwas verkaufen wollen, irgendwas wissenschaftliches in der Hand haben wollen und den Menschen präsentieren. Die wollen ja ihre Produkte auch verkaufen und die durchaus gut sein können. Naja jedenfalls hat die Universität aus England dann ziemlich harte Kriterien angelegt und aus 47 Studien, die es zum Weihrauch gab, nur 7 zugelassen konnten. Und dabei hat man festgestellt, dass die Studien und die Ergebnisse von diesen Studien wirklich von guter methodischer Qualität waren und die Effekte, die quasi in diesen Studien mit diesem speziellen Weihrauch beobachtet wurden, festgestellt wurden, man wirklich als klinisch wirksam bezeichnen kann. Wirksam gegen Rheumatoide Arthritis und gegen Arthrose. Das was uns interessiert. Aber auch gegen Morbus Crohn, was Sinn macht wenn es stark anti-inflammatorisch wirkt und auch gegen Kollagene Colitis, was auch eine chronische Entzündung im Darm ist. Bisschen anders gelagert als Morbus Crohn, aber auch sehr unangenehm. Uns interessieren ja die Knieschmerzen. Und da gibt es auch eine Studie, die Weihrauch eher als neutral beschreibt und die wurde an einem deutschen Klinikum in Ratingen durchgeführt. Dort hat man die Effekte auch nach 6 bzw. 12 Wochen gemessen, an 17 bzw. 18 Patienten. Entsprechend ist die pharmazeutische Zeitung auch eher vorsichtig in ihren Formulierungen und verweist darauf, dass man auf jeden Fall hohe Dosierungen nehmen sollte, um klinisch messbare Effekte zu erreichen. Sie unterstreichen auch nochmal, dass es keine nennenswerten Nebenwirkungen gibt. Das Ärzteblatt lehnt sich dadurch schon weiter aus dem Fenster und meint, dass in 60-70% der Fälle einer chronischen Polyarthritis ein Rückgang der Schmerzen und der Schwellungen und der Gelenksteifheit zu erwarten ist. Dazu bezeichnen sie den Weihrauch als Vielversprechen, weisen allerdings darauf hin, dass die derzeitigen klinischen Ergebnisse nicht ausreichen, um es als Medikament zuzulassen. Daher ist es derzeit auch noch als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Die Zulassung als Medikament ist nun auch Jahre später nach dem Beitrag vom Ärzteblatt immer noch am Laufen. Aber sowas dauert erfahrungsgemäß auch immer, meist zu Recht sehr sehr lange, um ganz sicher zu gehen. Also ich machs mal kurz. Ich habe mir und einer Freundin eine Dose bestellt und werde das jetzt praktisch testen. Wichtig beim Kauf ist, dass Du nur eine spezielle Form des Weihrauch nimmst. Es gibt den indischen Boswellia Serrata, es gibt den arabischen Boswellia Sacra und den afrikanischen Boswellia Papifera. Hoffe ich habs richtig hinbekommen. Alle Studien sind aber immer nur mit dem indischen Weihrauch durchgeführt worden. Deshalb auch so ein bisschen meine Bedenken bezüglich der Studien, die aus Indien kommen. Also ich hab Dir den Weihrauch, den ich gekauft habe, den habe ich Dir unten verlinkt. Ich hab mich da ein bisschen informiert welcher Weihrauch und welche Dosierung und guckt einfach hin. Ihr könnt euch kaufen was ihr wollt oder gar nicht kaufen, aber damit Du weißt was ich getan habe. Die Studienergebnisse sind zumindest für mich ziemlich eindeutig und da ich selber durch den vielen Sport den ich in letzter Zeit gemacht habe, Knieschmerzen habe und die Freundin ziemlich heftige Hüftschmerzen und der Weihrauch keine nennenswerten Nebenwirkungen hat, werden wir separat voneinander das ausprobieren. Die Dosierung werde ich mit 1200 bis 1500 Milligramm pro Tag ansetzen. Erstens spricht selbst die pharmazeutische Zeitung davon, dass man hoch ansetzen sollte und zum anderen sind auch in den erfolgreichen Studien auch immer mindestens 1200 Milligramm zum Einsatz gekommen. Was sagt denn der Verbraucherschutz dazu? Also bei aller Begeisterung rate ich immer auch immer dazu die kritischste seriöse Quelle anzuschauen die ihr findet und das ist oft der Verbraucherschutz. Der Verbraucherschutz besticht eigentlich konstant damit dass er alles Neue erstmal als nicht sicher bezeichnet und das ist auch gut so, dass er den Verbraucher schützen soll und nicht das Ziel hat das Optimum aus dem Leben herauszuholen. Was dem Verbraucherschutz zu den Weihrauchprodukten am wichtigsten ist, das fasst ihr am Anfang zusammen und das sind die 4 Punkte und die möchte ich dir jetzt wiedergeben. Was sagt der Verbraucherschutz dazu? Erstens Weihrauchwirkstoffe dürfen nicht mit Arzneimittel ähnlicher Wirkung beworben werden. Da gibt es einfach aus der Tatsache dass es eben noch kein zugelassenes Medikament ist. Zweitens nicht immer sind die beworbenen Boswelliasäuren, das ist der Wirkstoff in dem Weihrauch im Produkt zu finden. Es wird immer Anbieter geben die dich betrügen mit den Wirkstoffen und irgendwas verkaufen was da nicht drin ist. Gut dass der Verbraucherschutz darauf hingewiesen hat. Drittens es sind Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten möglich. Ach das ist quasi bei jedem Nahrungsergänzungsmittel der Fall und natürlich auch richtig, aber praktische Relevanz hat es nur in den wenigsten Fällen. Und viertens Menschen die schon erkrankt sind sollten Weihrauchprodukte nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt einnehmen. Im Westen nichts Neues. Also auch der Verbraucherschutz gibt auf seine Art und Weise mehr oder weniger sein Ok. Achten solltest du allerdings auf jeden Fall immer dass der Anbieter den Weihrauch auf Schadstoffe wie die Schwermetalle kontrolliert. Das habe ich bei dem Produkt, welches ich gekauft habe, natürlich auch gecheckt. Ich habe auch ein Produkt genommen, die quasi komplett die ganze Kette von der Produktion bis hin zum Verkauf, wo das alles quasi in einer Hand ist und das ist mir immer persönlich lieber. Den Link wie gesagt habe ich dir unten auch gepostet und natürlich auch den Link zu allen Studien und allen Meinungen rund um den Weihrauch. Alles das, was ich für meine Recherche genutzt habe ist unten in der Infobox. Ich bin gespannt und frag einfach mal in die Runde. Hast du schon Erfahrungen mit diesem Baumharz bzw. mit dem Extrakt daraus? Falls du es auch zeitgleich mit mir ausprobieren willst, dann wäre es richtig klasse wenn du mir deine Dosierung aufschreibst und nach Beendigung des Experiments oder auch zwischendurch auch mal deine Erfahrungen mir postest. Wie du weißt habe ich mittlerweile so ein kleines Projekt am Laufen, wo ich eigene unabhängige Studien gemeinsam mit meinen Zuschauern innerhalb des Worf Spirit Projektes durchführe, um zu sehen was wirkt und was nicht. Also nicht nur dass ich das jetzt bin der das kommuniziert und für mich aufschreibt, sondern ich versuche das seit ein paar Wochen mittlerweile auch größer zu fassen und würde mich freuen wenn dann Menschen, aber bitte. Bei sowas ist natürlich, ich kann da keinen wissenschaftlichen Standort anlegen, weil ich habe zum einen das Geld nicht und zum anderen bin ich nicht anerkannt als Institut und ich strebe da auch nicht danach, sondern ich vertraue einfach darauf, dass das was mir gesagt wird auch so ist und wäre das natürlich dann auch mit den entsprechenden statistischen Mitteln, ich habe das ja studiert, quasi dann auch etwas normieren, extreme abschneiden und für mich dann und für euch natürlich auch dann irgendwann posten und so einfach authentisch, authentisches Wissen aus Erfahrung von Menschen als eine zusätzliche Quelle, das möchte ich gerne auch immer wieder betonen, nehmt viele Quellen zur Information, aber eben aus der Quelle The War of Spirit Project da eben auch, dass ihr da Wissen habt und das so ein bisschen mein kleines Nebenprojekt was ich jetzt mache. Also wenn ihr das zeitgleich mit mir nehmt oder wenn ihr das schon genommen habt und Erfahrung dazu habt, wäre schön wenn ihr das per Mail oder von mir als YouTube Kommentar hier postet und dann nehme ich das mit auf, so detailliert wie euch das möglich ist und alles Liebe willkommen im Leben und vergesst nicht zu abonnieren für 3 mal die Woche das Neueste aus Wissenschaft und Lifestyle. Dein Samu.